Hallo und Herzlich Willkommen wieder zurück bei TTT, diesmal wieder mit allen aus dem Team PC mit DALU, DALU. Ist das ein Trailer? Ne. Wolltest du mich weg machen? Ich wollte erst warten bis Sepp fertig ist. Was ist hier denn los? Wieso kann ich hier nicht da ist? Lassen Sie mich bitte durch, ich bin Arzt. Lassen Sie mich Arzt. Sepp ist durch. Ist er durch? Was wird das denn da fieses? Peter! Peter! Leck, 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 okay. Peter? So, die Jungs haben mir erzählt, dass es nur ja Eins gibt hier. DALU hat gerade PEDA getötet. DALU hat PEDA getötet? Ja, mit dem Fass. Ne, DALU hat PEDA getötet. Wo ist der denn? Oh shit! Was war das denn? Thomas, die Lokomotive ist am Schnitzel. Okay, DALU hat gesagt, das gibt Thomas, die du scheiße hast. Ach so, scheiß, sag doch was. DALU war eigentlich immer vorder. Sag doch was. Was macht der DALU denn da? Ich belebe Bram gerade wieder. DALU ist Trader. Bram? Töne DALU. Oh nein, Bram. Ich lebe. Ich wollte doch leben. Ich weiß aber, ich hab auch gehört, wo. Was habt ihr denn da gemacht? Ich würd sagen, die Runde verlieren die Trader. DALU ist ein größer Mensch. Ja, das ist mir schon klar, DALU. Aber wir können dich ja noch porten. DALU bist du mittlerweile, ähm... Leider nicht, er hat mich verfehlt. Hat dich echt verfehlt auf die Distanz? Ja, das war halt nicht so leicht, weil er sich halt bewegt hat, weil er halt auch ausgewichen ist. Was macht dich denn hier die ganze Zeit unsichtbar? Sepp, weil du dich fast nicht mitbekommen hast. DALU ist Trader und Jay ist, äh... Sepp, du musst noch einen Credit haben. Trader ist Jackal. Sepp, du musst noch einen Credit haben. Warum? Weil wir sonst die Runde verlieren. Warum? Weil, was brauchen wir denn? Juhu! Oh nee! Okay, sehr gut. Was hat mir denn da Schaden gemacht? Du hast noch einen Credit? Sepp hat bei mir nicht geschossen. Ja, ich hab noch Credit. Okay, pass auf, komm mal mit. Wir sind die letzten... NOL! Moment. Er wurde wiederbelebt. Hinterher! Wo ist der Ganove? Er ist auch durch die Decke gefallen, oder? Ja, ich glaub, er ist auch durch den Boden gefallen. Was ist denn das für eine komische Karte, wo man durch die Decke fallen kann? Beim Wiederbeleben halt, weil die so... Die Gänge so schmal sind. Der Bram ist... Tja, hier unten irgendwo, ne? Scheiße, ich hab kein Radar mehr. Ich hab kein Radar mehr. Genau, es kann sein, dass er sich nicht mehr... Ich weiß nicht, wie groß sein... Hier unten drunter ist. Genau, du musst warten, bis der Radartick kommt und dann direkt Thomas die Lokomotive auf ihn schicken. Alter, hier kommt so unfassbar... Wo ist denn Thomas die Lokomotive? Relativ weit unten mittig. Könne ich denn hier mal machen? Also, ich steh mit Jay hier unten, ne? Wo bist du denn? Was hat das so für ein Bild? Äh, das Gesicht von Thomas. Schön die... Schön die Lampe an hat er. Sechste Reihe von unten mittig. Was hat der denn? Oh, ich hab Angst, dass ich hier gleich in die Lava reinlaufe. Sechste Reihe von unten mittig ist. Da ist Bram! Da... 3, 4, 5... Ach hier, hat kein Bild. Ja, okay, okay. Sehr gut. Sondern jetzt musst du warten, bis dein Radar getickt ist und genau dann schießen, weil die können sich da unten anscheinend gut bewegen. Ja, wir können das ganz gut machen. Ja, wir können das ganz gut machen. Jay ist auch... Jay ist gerade... Jay ist gerade in einen anderen Raum gelaufen. Ja. Guck mal, über uns springen sie rum. Ja, ich seh's auch. Und dann muss ich die in den Boden schießen. Ja, was soll ich denn machen jetzt hier? Ja. Aber... Nur wenn du wirklich nahe nach dran stehst, sonst weichen die aus. Du musst also erst hinkommen. BTF, wie soll das denn gehen? Aber es gewinnt ja auch nicht der Jackal, ne? Es gewinnt einfach der Imposente. Dinos gewinnen am Ende. Wer gewinnt eigentlich... Wer gewinnt eigentlich, wenn es nur noch Jackal und Trailer gibt? Äh, Dinos. Okay, das könnte interesting werden, Dalu. Macht ja keinen Sinn. Sollen wir uns nicht nebeneinander stellen, damit er uns abschießen kann? Weil selbst das... Weil selbst wenn der ein von uns beiden trifft... Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja, ich steh fast vor dir. Ja, ich hab das Licht angemacht diesmal. Dahinten sind sie. Nice. Dann kann ich dich ja umbringen. Immerhin ihn. Wer ist Jackal? Ja, ich bin Jackal. Aber ich... Was ist er denn? 20 Minuten? Ich hab Angst. Was denn? Hast du Angst, dass ich doch auch Jackal bin? Nein, aber... Er hat auf mich... Oh, er hat sich getötet für uns. Er hat sich selber getötet. Ja, das ist ja witzlos. Ja, wir wollten ihm eine Lokomotive schicken. Thomas ist voll blöd. Da kam aus einer Wand einfach ein Schatten auf mich zugefahren. Oh! Die war nicht mehr für dich. Wabbelkill oder was? Die war für Bram und ich wollte Bram wieder beleben, weil ich ihn im Nahkampf gekillt hab. Ja, ich hab mich schon bewundert, weil wir hatten eigentlich gesagt, dass wir das nicht machen haben. Deswegen hab ich ihn ja wiederbelebt. Also wollte ich zumindest. Oder wollte ich wegrennen. Was machen wir nicht? Was machen wir nicht? Wollte ich auch was sagen. Die Lokomotive im Nahkampf benutzen, hatten wir ja am Anfang gesagt. Machen wir nicht. Okay, hab ich nicht zugehört. Da extra Regeln müsst ihr mir auch sagen. Ja, aber ich wollte ihn wieder bauen. Ja, wir vergessen immer, dass du nicht da war. Die hab ich auch vergessen. Okay. Christian, shoppst du grad? Ey, Dalu bei mir! Oh! Da oben wurde einer weggemacht. Ja, das war Christian. Oben wurde einer weggemacht, Jay. Das war... Christian wurde wiederbelebt. Ach am Arsch. Ehrlich? Ich hab ihn grad shoppen sehen. Der hat mich geflasht. Ja, lass mich. Oh, da hat wer getrunken. Der ist im Trailerraum. Dalu ist ganz oben. Glaub ich. Relativ safe müsste der im Trailer-Room sein. Dalu, wenn er wiederbelebt worden ist. Da müsste ich ja auch 5 Leute aufm Radar sehen. Aber das ist er nicht. Boah. Ich seh nur... Ja, was ist, wenn wer anderes tot ist? Ich darf den nicht nutzen. Du darfst den nur nutzen, wenn du Trailer bist. Also Jay, Dalu, Dalu ist hier böse. Alter, benutze ich ihn mal nicht. Bram ist hier. Bram schießt auf mich. Bram ist auch Trailer. Ich hab nirgendwo drauf geschossen. Bram und Dalu sind Trailer. Die sind ganz hinten an dem Trailerraum oben. Okay. Ich vertraue dir mal. Ausnahmsweise. Schaffste. Hab ich. Bram hab ich. Dalu ist hinten drauf. Pass auf, guck mal ob der wiederbelebt wird. Bram wird immer wiederbelebt. Naja, liegt nur da. Aber Dalu guckt die ganze Zeit dahin. Snack dir mal die Leiche. Snack dir mal die Leiche. Ich bin ja auch nicht Trailer. Dalu guckt die ganze Zeit in den Raum. Snack mir die Leiche. Ich hab ja auch nichts gemacht. Ich bin bei dir. Dalu du hast die ganze Zeit zugeguckt. Du hast dich einmal mit auf den Raum geschossen. Ja warum mal auf ihn und nicht auf dich? Ich wusste nicht wer es ist. Weil er Trailer war. Ja das steht aber nicht auf seinem Kopf. Christian ist der andere Trailer, boys. Dankeschön. Dalu könnte noch der Jakarta sein. Einläufig. Nee, ich bin der Trailer. Dalu warum killst du mich? Dalu ist weggeschossen. Ich hab den doch nicht gekillt. Ich hab den doch nicht gekillt. Sag mal ob der mich dann konfirms. Du guck dir auch deinen Score an. Wie schnell er mich gekillt hat. Hey aber womit denn? Ich hab sogar deinen Shotgun gelootet. Du hast mich geschürt. Das steht auch unten links drin. Du wurdest von Dalu Card getötet. Rollo Trailer hat er. Ich konnte nicht. Du hast auch Minuspunkte gekriegt. Ich konnte nicht. Ich hab nichts. Nein. Jaja. Wie Sepp hat es doch auch gesagt. Ich glaube du hast kurz geschossen. Also ich meine du hast kurz geschossen. Ich muss ja Dalu. Dalu ist echt fies ey. Bram es tut mir leid. Weißt du die Runde davor. Unfair mit Thomas auf Distanz. Jetzt als Trader. Ich war es tut mir leid. Ich hab dich wiederbelebt. Nein Jay. Hallo Dalu. Ich hab keine gute Waffe. Alles gut. Was soll das denn jetzt? Ich halte mich jetzt fern von Bram. Damit ich ihn nicht aus Versehen wieder töte. Ich hab dir gesagt. Dann trage ich dich aus. Dalu geht der Deathfaker von den Betrügern mit dabei? Nein du darfst null wenn du Trader bist lassen. Ich bin ein wunderschöner Elf. Ich bin ein wunderschöner Elf. Du auf jeden Fall nicht. Wieso hast du gerade keine Waffe? Leichte Wuppel hier. Ich hatte die getauscht von der Sniper die da liegt. Vorsichtig hier. Hast du das gesehen? Die Sahen sind bis zu mir geflogen. Dich hab ich tatsächlich nicht gesehen hier unten drin. Hast du gerade gekauft Sepp? Oder warum bist du so gerade gelaufen? Hast du auf mich zu gelaufen bist? Habe ich gekauft. Nein. Wieso? Wegen der. Was soll das denn? Das habe ich als meine Verteidigung benutzt. Sepp hat gefragt wer schießt. Ja Bram hat hier nämlich gerade geschossen glaube ich oder? Wieso kosteten wir jetzt so nahe? Ich geh mal 30%. Ne Ne Bram und ich sind cool hier gerade. Dado ist es. Dado wieso bist du hurt? Weil ich runtergefallen muss man alleine. Ohhhh. Ja. Stell mich einfach hier hin ja. Du guckst die andere Tür. Dado machst du Sachen. Ok. Wenn einer reinkommt. Bums. Nein. Das könnte krasse Lebenspunkte bedeuten. Es ist wurscht. Jay hat irgendwann auf mich geschossen. Habe ich dich jetzt echt getötet? Nein oder? Doch der ist tot. Du explodierst doch. Doch der ist tot. Woher weißt du denn dass der tot ist Sepp? Weil ich den sehe. Der steht hier neben mir. Da liegt die Armbrust von Jay. Der war Trainer. Hätten hätte er gekriegt. Nice Christian. Ihr könnt übrigens auch die Sichten wechseln. Dado wo kommst du denn? Ey Bram wenn du mich in dein Team holen kannst ne. Dann bleibe ich kurz still. Ja wenn. Ebenso. Ok. Ok. Ich bin dabei nur Sepp. Oh Jay will mir lohnen. Das weiß ich doch. Ich würd voll gerne dir so vertrauen weißt du. Ja mach mal nicht. Hast du euch seine nicht vertrauen? Ja das ist nämlich immer schlecht. Das ist immer schlecht. Ach komm jetzt hab ich nur 97. Ja du hast ja seine nicht vertrauen. Ja das heißt ja nicht dass du mich abschießen musst. Ja ich hab dir nur Wissenschaft eingebläut. Einer von euch beiden ist der Fiesling. Ja ich war auch. Dann sagt er jetzt. Oh ich bin geflasht. Hast du mich geflasht? Nein ich hab mich geflasht. Ist das hier quer durch die Map oder was? Wollte ich auch grad sagen. Ich hab das hier oben gemacht. Hey ist ein Crossbow gewesen. Hm. Gleich kommt Christian mit dem Crossbow hier rein. Fähr da fast auf. Wo ist denn hier? Selbstständiger. Warum kann Dalu denn nicht sein? Weil Dalu mich hätte machen können. Der hätte mich schon längst gemacht. Sag. Das ist mir direkt wieder weggerannt Bram. Da liegt ein Geschenk. Ja das ist von mir. Ich bin ja ein Elf. Ah. Du hörst? Ist das Elf? Haben dich gesehen? Was? Die sind hier hinter uns. Hier wo ich jetzt bin. Hier hinter uns. Warum ist das denn relevant wo wir sind? Ja echt mal. Geht euch gar nichts an wo wir sind. Ja weil einer von euch später ist. Ja aber dann lass doch einfach die Zeit ablaufen. Wir sind nur noch sieben Minuten. Ja sieben Minuten noch. Plus over time. Mega gut. Ich habe hier einen Schneeball. In 10 Minuten sind wir mehr. Ram willst du meinen Schneeball fangen? Nein. Mir ist öde. Da! Was hattst du in der Hand du Schwanz? Oh jetzt habe ich den Schneeball da hingeworfen. Ich dachte ich mal kann die erst irgendwie. Was war das? Aufladen oder was? Aber ein Disco. Was ist denn jetzt bei euch los Peter? Ja einer von den beiden ist das. Ja das ist cool. Nee du betrayst mich jetzt. Ich betray dich nicht. Einer von euch beiden ist das. Vater wie du betrayst mich Alter. Wir stehen die ganze Zeit hier nebeneinander. Dalu hättet uns schon lange machen können. Ja und das heißt nicht dass der nicht ein geiles Play macht. Also ich stand nicht die ganze Zeit bei dir. Bram lebt noch. Ich kann es nicht sein. Da ist einer gestorben. Peter? Ich leb noch. Na Peter ist alle drauf Jungs. Oh ich hab's überlebt. Aber nice. Ich hab's überlebt. Einer von euch muss aber Jakar sein. Nein er hat sich wieder erlebt. Ah der kommt wieder. Peter hat sich wieder erlebt. Wie geil war das denn ey. Ich hab's überlebt. Alter dann hab ich überhaupt hier meinen Trainer Kollege direkt am Anfang so fertig gemacht. Ja aber du hast auch einen Newton Launch und da ist Lava. Ja aber ich bin doch innocent. Das ist ja jetzt proven. Oh what the fuck. Ja Peter. Hast du ihn gekillt mit dem Newton Launch? Hab ich dich gekillt? Hab ich dich denn fertig gemacht Peter? Peter wird nicht erschossen. Der fährt mich 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 direkt gestorben ohne jemanden. Geil. Wie warst du denn? Warst du Jakar? Du musst das wie Bram machen. Mit null Prozent. Achso. Mit null Prozent. Da war ein Bram. Ey Peter. Gleicher Ohr. Komm. Okay warte, 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 warte. Geh mal weg da Christian. Ja ich komm mit. Nee das geht nicht. Wer macht denn die Arme jetzt kaputt? Das kann nix werden. Warte ich nehm noch kurz das hier mit. Ja warte, warte, warte. Moment. Warte. Du fixst mich jetzt eh oder? Nee. Gleicher Ohr. Ohhhh. Was ist das denn? Der, der, der. Hey da ist Christian. Ist das der Walk of Trust hier oder? Albert Wittler dahinten. Ja der Ball hat doch Fram. Ja der hat auch mich geschossen. Hat nur Warnschuss in deine Richtung gemacht. Ja hab ich auch. Ich hab dich nicht getroffen oder? Nee ich dich auch nicht. Nur damit du weißt wo ich stehe. Wenn einer auf meinem Schakade ist, ich stehe frei. Ja ich bin auch ready. Ich bin ready übernommen zu werden. Peter du hast den Walk of Trust schon gemacht oder? Ja ich hab den Walk of Trust schon gemacht. Ich will den Walk of, nein das ist der Walk of Trust, das ist nicht die Brücke oder? Okay Christian hat auch den Walk of Trust gemacht. Das ist die, das ist die, das ist die. Nee nee. Ey Bram will doch auch den Walk of Trust machen. Ja wir sollen ihn den runterschubsen. Jay. Kann man das Ding nicht kaputt schießen? Jay hau ab. Nein der ist Stuntman. Er ist Stuntman. Er ist Stuntman. Ja ja. Am Arsch ey. Kann man nicht kaputt machen. Okay kann man nicht kaputt machen. Sepp ist es. Sepp. Ne. Ja. Okay Bram pass auf. Andere Situation jetzt hier. Ich positioniere mich hier. Warte. Siehst du das? Ja ich hab's gesehen. Ich guck wieder die andere. What the fuck? Ah war daneben. Ich hab ihn. Hast du dich erwischtelassen Peter? Pass auf Daniel. Nehm den noch. Dann muss Sepp der letzte sein. Oh Sepp weg. Sepp ist schon tot. Ja dann muss einer wiederbelebt werden. Christian war der andere. Jetzt sehen wir nicht. Pass auf. Daniel ist er noch. Daniel ist er noch. Oh oh. Aufstehen lassen. Hey. Ah. Jetzt aber. Zurecht ey. Ne. Ne. Peter. Bist du von mir gekillt worden oder von Peter? Äh. Peter. What? Ah scheiße. Dann hör doch auf mit dem Newton Leute. Das klappt doch nicht. Ich wollte mit dem Newton. Dann will ich den kill. Der ist halt umgefallen. In der Sekunde wo ich auf ihn geschossen hab. Da hab ich kurz gehofft. Hätte ich erst gesehen dass du den in der Hand hast. Hätte ich gesagt von dir. Dann hättest du dich gefreut. Dann hätte ich gesagt nicht Spaß davon. Hahaha. Bist du in der fiese Map ey. Dann hätt man in deiner Aufnahmen mehr gesehen. Hätte man den Punkten auch schon gesehen. Hätt's ja auch aufgelöst dann ja. Das wär ja easy gewesen. Deswegen. Ja das ist okay. Hab mich dann trotzdem gefreut. Ja. Oh stopp. Haha. Oh Sepp schießt hier ein. Nein Sepp. Du kriegst doch keinen Schaden. Ja. Ja. Hab nur 25 Schaden bekommen. Ist das durchs... Peter. Peter. Ist das eigentlich Peter? Ich weiß nicht was er gesagt hat. Peter. Wir sind wieder in unserem Raum. Wer ist Eder? Eder Eder Eder. War der da mit Christian? War der da mit Christian? Ich hab nicht den random damage gekriegt. Christian. Ich hab den Schneeball. Du kannst ja genau. Guck mal. Ich hab dich sogar geheilt. Das ist alles super. Ja man kannst du den Schneeball nicht aus der Hand nehmen? Ja. Ich muss ihn ja nicht gegen dich benutzen. Sondern vielleicht gegen dich. Hier kommt eine Unsichtbar hoch. Wer ist denn? Der ist schon hier. Dramat! Hilf mir! Drinnen ist er! Er hat einen Crossbow. Ich nehm nochmal einen Heelkid. Scheiße. Warum bist du denn jetzt gestorben? Der ist hier drinnen. Unsichtbar. Wo ist der hin? Ich glaub ich hab ihn mit dem Schneeball getroffen. Ich hab den mit dem Schneeball getroffen. Oder? Ich hab ihn auch getroffen. Er ist rausgerannt. Den nicht mehr. Wo ist denn hier der Battle? Oh Gott. Hier um. Bei der... Okay. Oh Gott! Das war's doch, oder? Ja. Was geht ab Jungs? Besten aus dem Raum da rausgerannt. Ich hab da niemanden gesehen. Hey, da war kein Nahkampf. Wann beginnt Nahkampf? Du standst direkt vor mir. Hey komm, da waren ja locker 20 Meter zwischen. Dann wenn das bei Peter ist, ist es Ding, 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 Dong. Für mich war das kein Nahkampf. Nee. Sepp, ich bin nicht an dir vorbeigelaufen. Ich bin nicht an dir vorbeigelaufen. Von der Zähne hab ich mich erstraut. Wo warst du denn? Hinter die Kisten? Nee, ich stand auf der Kiste drauf. Auf dem exklusiven Fass saß, ey. Auf dem exklusiven Fass hab ich mich aufgesetzt. Das klappt hab ich den Zimmer nicht mehr gesehen, ey. Mann, ich krieg einfach jedes Mal auf den Sack. Von dem scheiß Traitor Ficker. Verpiss dich weh, du bist das nicht hoch. Sepp? Äh, Sepp Poser? Was hast du da gemacht, Frau? Das war ne Leiche, oder? Ja, ich bin mit Trüger und hab meine Leiche weggeschmissen. Okay. Das war jetzt auf jeden Fall's erstes Bisch jetzt, muss ich sagen. Aber da noch alle leben, oder? Dalu, lebst du noch? Äh, ja. Sepp, lebst du noch? Wie hätt ich den wegmachen sollen, Peter? Während ich vor dir stehe und dann nur ne Leiche herinstelle, ja? Selbst wenn Sepp jetzt tot ist. Sepp ist, glaub ich, echt tot. War das wirklich, hast du wirklich gesehen, dass er ne Fake-Leiche gedroppt hat? Ne, selbst gleiche nicht. Selbst gleiche wurde gerade confirmed. Flashbang! Ich bin blind! Wärts gern, wenn einer in die Lava gelaufen wäre. Peter? Achso, ich dachte, du bist in die Lava gerannt. In die Lava gerannt. Ja, Jay hat meinen Platz eingenommen. Jay hat uns auch gesucht, der hat gesagt, wo seid ihr denn jetzt? Jay hat doch Sepp getötet. Das ist mir suspekt. Christian, lebst du noch? Da, Brammen! Alter, Bram macht mich sofort. Wie, ich mach dich sofort, ich bin an dir vorbeigelaufen. Also da ist Stress in dem Raum, Christian. Aggressiv, Alter, meine Figur läuft immer gleich. Die kann ich aggressiv drauf. Die hat richtig aggressiv geguckt. Richtig aggressiven Schritt hatte die drauf. Ich werde noch mal ein bisschen ärgern. Wo seid ihr? Hier, Pisse! Don't! Alter! Fuck you! Ihr seid so ein Wichser! Geil, wer von euch hat jetzt Jay gebaited? Ich weiß nicht, ich hab Pisse reingeworfen und bin weggebrannt. Peter hat doch Pibi reingeworfen! Aber er hat euch irgendwie gegenseitig gekillt! Wie so ein kleines Kind, ey! Voll geil! Hier, Pibi! Aber da Jay jetzt tot ist offensichtlich und Jay Innocent war, seid ihr beide wahrscheinlich die Traitor. Ehh! 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 Peter Tanzmann! Ah, fuck you! Fuck you einfach nur! Christian ist der Böse! Jetzt kommst du, triff dich! Ich bin der Letzte, oder was? Ich hab den getroffen! Also da war jetzt der Dritte in meinem Kopf! Ich glaub der Tanz ist das Ende! Alter, Peter! Wie so haben denn grad die Innocenten gewonnen? Nee, bei mir stand Trader! Bei mir steht auch Innocent Wind! Der Innocent Wind! Lord! Seh ich genauso! Aber ich bin auch Traitor gewesen! Ja, deswegen hab ich... Deswegen war ich jetzt auch... Ich kann nur... Danu war Traitor! Ja, Christian aber auch! Es kann sein, dass es vielleicht durch den Dan-Scan gekommen ist. Ist aber nur ne Anzeigefehler! Danu, du hast mich gekillt und bei mir stand, du warst Traitor! Ich war auch Traitor! Aber Christian auch! Ich auch! Ich bin zwei! Ach, Sepp war keiner! Ach, den hast du unprogrammiert! Sepp, da hab ich grad einen Manipulations-Neif gehabt und dann hat Danu den da festgetackert! Da dachte ich mir... Wie ist eigentlich keiner gesagt, dass er mich gekillt hat? Hä, Peter! Ja, hat Jay gesagt! Wo bist du? Er hat gesagt, ich hab Sepp gekillt! No! Ja, ich hab einfach... Weil er dachte, er wär Traitor! Dachtest du, ja, ist klar! Dann prob ich mich halt einfach... Ach so! Ihr habt mich auf die Idee gekommen... Das hab ich gar nicht gehört! Wie geil! Ja, ich hab Sepp gekillt! Der war ja ein Traitor gewesen! Ja, richtig! Nicht schlecht! Alter! So, Peter, wo bist du denn? Vorsicht, Bram! Ich werd's kaputt machen! Wieso bin ich relevant? Bram ist jetzt! Ding 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 Ding! Bram! Bram! Ding Dong Dong! Warum denn so ernst? Warum hast du den armen Jay erschossen? Ne, ich hab's selbst gekillt! Glaub ich, ich hab's versehen! Ja, und Jay aber auch, weil Jay hat nämlich auf den Tisch geklopft! War das Nahkampf, Bram? Was sagst du? Das war kein Nahkampf! Oh! Da lagen zwei so Steine noch dazwischen! Hallo! Wer lebt denn noch mit mir? Also ich bin innocent und ich lebe noch! Okay! Ey, Moment, verdammt! Wie war das? Ich bin leider Spartaner, weißt du? Sonst würde ich dich jetzt zu meinem Sidekick machen! Ja, was hat er mit Spartaner zu tun? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich die... Also ich hab die Klasse nicht geboundet, um Sachen abzuwerfen! Weil der... Sind alle anderen denn die Bösen oder was? Gibt keinen innocent mehr! Sepp ist tot! Bei Jay weiß ich nicht! Ich hab Jays Leiche noch nicht gefunden! Okay, Christian rennt auch noch rum! Der ist dann wahrscheinlich der andere Traitor! Du bist der Jackal! Du kannst mit F2 kannst du die Klasse wegwerfen! Ja, ich hab gerade Dings gefunden! Ähm, Jay ist auch tot! Mit F2 kann ich die Klasse nicht wegwerfen! Also du musst das bei mir nicht geboundet! Hier geht das so! Aua, ich hab Damage gekriegt! Okay, äh... Dado, magst du mir ganz kurz sagen oder einen kurzen Befehl schreiben? Damit ich das bounden kann? Binden kann? Das ist auch nice! Ich würde gerne ins Team schreiben! Ich weiß das gut! Er hat überlebt! Los, sprecht! Jeder wollte unsichtbar sein, war aber nicht! Hat er da rumgedanced damit? Ja, da war so ein grüner Punkt genau auf dem drauf, wo eigentlich nix ist! Ich glaube der war da eben auch schon, da bin ich an ihm vorbeigelaufen! Dado hat mir leider noch nicht den Befehl geschickt! Oh Gott! Ach komm! So, älter! Ja, Scheißgefühl Christian, wa? Guck mal, jetzt kann ich dich noch schnell zum Sidekick machen! Das stimmt! Ja, aber ist das Zweifel? Das waren Minuspunkte! Alter! Ich fang jetzt schon an mir ein Butterbrot zu schmieren, ey! Christian, ey! Ich hab doch nur zugeguckt! Ich hab doch nur zugeguckt! Wie? Wann haben wir... Achso, du hast Minus neun! Ich hab Minus neun! Aber warum? Ich hab doch noch nie irgendwie... Vielleicht nicht mal letzter, obwohl ich die ganze Zeit zugucke! Aber... Muss man rausfinden, was das verursacht? Alles orangey hier, ey! Agent... Agent Orange? Ich bin nämlich auch der Meinung, dass ich nicht Bram getötet hab und erst noch... Oh! Weg, weg! Nein! Nein! Und zu Recht ist trotzdem rein! Okay, ganz aus Versehen totgezwungen! Das ist keine Diegel! Schade! Oliver Trains! Jalu und ich sind nicht Jackal! Oh Schein! Oh, geil! Weißt du, geh weg, geh weg! Weißt du das? Weil wir gerade kurz gegenüber standen und gewartet haben, dass der Diegel Shot kam! Aber es kam vor keinem vorbei! Sag mal, ich lass mal die Leiche aus Fairness hier liegen! Ich bin Stehgewebe! Ich wollte, dass er nicht abschießt! Ich wollte auch, dass du mich abschießt! Oh Mann, ey! Alter! Da war doch einer! Alles klar! Der Sparta hat einer wieder! Ich schieße scharf! Ich schieße scharf! Hallo da, hallo! Machst du mich jetzt gleich? Ich warte, bis dann in den Trailerraum auslässt! Willst du Ramm holen oder was? Wo war der denn nochmal? Genau hier drin! Ist der geraden? Ja! Da kam ein Schuss! Das ist ein Jay, oder? Der hat immer die Lampe an! Hier hat einer einen Sniper Schuss gedrückt! Das war doch die Fahrt Rocket, oder? Wer ist denn? Leute! Wer schießt denn da? Christian! Alter, hast du schon wieder gefragt, wer schießt? Ja! Du hast hier auf mich geschossen! Mit dem Fahrt! Ich hab nix getroffen, Daluf! Mit dem Fahrt getroffen? Mit dem Fahrt getroffen? Ne, getroffen wurde ich nicht! Was denn, Christian? Nix! Du hast dich so angeschlichen! Ich hab ihn nicht angeschlichen! Alter! Bram hat was fallen lassen! Was hat der fallen lassen? Hat er denn fallen lassen? Oh nix! Trittys Schatz der? Kommen wir nicht zu nah Oloi, Bram ist tot. Wer hat Bram getötet von euch? Ach shey schönen guten Morgen Peter ist es? Er ist oben Treppe hoch ja ich geh den Scheiß jetzt hoch oh Gott da ist Peter OH GOTT Jahr seid ihr alle hier NEIN AHHHHHHHHHHHHH YEAAHH DUKOMENSICHER WHO IS Li吉 denn?! Oh mein Gott die ist fodget fahren Alter, mach mich nicht fertig, ey, weil ihr mich verarscht. Wo ist denn Danu jetzt nicht verschwunden? Ey, schieß mal nicht auf mich. Ich glaub, Christian macht gleich einen Pups, oder? Hab ich dich getroffen? Bei mir sah es so aus. Das ist ja gut zu wissen, dass ich auf dich schießen muss. Jetzt müssen wir noch ein bisschen ballern, bevor ich sterbe. Ah, kenn mal den halt so. Hi. Der war innocent. Die sind alle. Im Zeltner-Room, komm raus! Der hat getrunken! Da hat noch einer! Oh, wo ist denn? Aua, 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 aua! Geh nicht da hin, Alter! Ich hab kein Leben. Klar, ich geh zu Peter, ich mach den jetzt. Alter. Die zwei, ey. Die zwei Homies. Oh, da hinten ist er! Da hinten ist er! Hier rechts um die Ecke. Boah, ist runtergegangen. Bitch. Dein Trader... Wer ist denn der Trader-Kollege? Hier oben liegt er. Nee. Hä? Bram ist da! Oh, scheiße! Der lebt ja... Oh mein Gott, der hat Bram wiederbelebt! Der lebt gerade Bram wieder! Wir müssen den suchen! Meinst du? Ja! Da ist er! Nein, ich bin im Menü von Fer! Wiederum! Hahaha! Ich wollte noch schnell was kaufen! Oh Gott, der lebt noch! Ja! Nein! Nein! Es gab ja den Sieg noch nicht! Das hab ich auch nicht geschnallt! Man, ich bin nicht schnell genug weggekommen! Ich hab trotzdem nur zwei Innocence bekommen, leider eins! Peter, das war krass! War ein geiler Kill! Schön! Wurde mir leider nicht angerechnet, glaube ich! Aber ist egal! Das war richtig... Eine richtig geile Runde! Der Bram hatte trotzdem noch gewonnen! Nee! Der Peter hat dadurch noch alle weggerockt! Der Bram ist leider nur zwei Innocence! Der hat eh geführt! Der hat vor der Runde schon geführt! Weil ich eine Runde wurde abgezogen! Ich bin eine Runde! Lass mal ein Däumchen da! Schreibt ihn in die Kommentare! Abgezogen! Bis dahin! Tschüss! Tschüss!